Undina 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 ist der Wassergeist Undina wird auch bezeichnet als Nixe Undina gehört zu den sogenannten halbgöttlichen Elementargeistern Undina kommt vermutlich von Unda das heißt Welle Undinen sind also jungfreuliche Wasserwesen Paracelsus zählt sie zu den Nymphen Undinen leben überall im feuchtwässrigen Undinen kann man spüren in Waldseelen, in Wasserfällen aber sie wirken auch in den Pflanzen Undinen werden auch als Weltenchemiker bezeichnet sie helfen dass die Pflanzen sich entwickeln können wenn du zu Quellen gehst dann wirst du Undinen vielleicht spüren man sagt auch dass der König der Undinen Varuna ist zu entsprechen also die Undinen den Wassergeistern in Indien und Varuna wäre der Herr der Wassergeister der der kann man die es die 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 Vielen Dank.